so servus legen wir gleich los wir haben wir gerade ein neues flugzeug kauft im marktplatz die embraer 110 band range oder wie man es nennt keine ahnung wie man es ausspricht für 9,99 anstelle 34 99 unabhängig davon ob das jetzt top modellisch oder nicht es ist günstig und interessant es hat kann man schon durchgucken glas cockpit super kein klar uhren cockpit glas finde ich nicht gut und koppel das ist auf jeden fall vorteil jetzt hängt er gerade weil er gerade im download ist und er hat dekomprimiert kann jetzt nicht mehr scrollen da ist ein kleiner freeze drin aber das kommt gleich wieder da wie man hier sieht alles mit uhren cockpit ja jetzt geht es wieder das 5 30er und 4 30er gps ist auch ok weißes material gefällt mir nicht die lackierung nur weiß sonst sieht es sehr schön aus vielleicht kann ich auch meine eigene lieber ist dann machen je nachdem wie viel aufhand das ist ja mit dem cockpit komme ich zurecht und die moderne flieger ist nichts ist nichts für mich der platz das sieht gut aus das sieht ja gut aus so jetzt müsste es eigentlich im marktplatz äh im hanker stehe ja probleme rein immer schon in der hanker rein schauen schönes flugzeug das sind richtig da p p1 und frachter okay was ist der unterschied die beschreibung war mir gar nicht bewusst dass das mehrere modelle beinhaltet die nüge die mit die mit mit das m also versuch es mal rauszufinden das hat er unterschiedlich gehen wir mit dem hangar schauen wir es uns an die sieht gut aus, die lackierung gefällt mir ok 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 Moment, 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 wo haben wir es denn, das hier fällt, also, aber ich nehme nicht die Frachter, ich nehme die kleinere und die Lackierung, genau, das war die hübsche Lackierung und die brasilianischere Maschine, also gucken wir auch irgendwo in Brasilien, was haben wir hier, ja, Gehen wir mal hier hin. Und wir gehen auf diesen Flugplatz. Live-Wetter. Das werden wir wahrscheinlich hier starten. Okay. Also. Wir sehen uns. Das sieht mir gar nicht schlecht aus, würde ich sagen. Tja. Also für 9,99 für 9,99 gar nicht schlecht. Gucken wir ins Cockpit. Ja, das lassen wir so haben. Dann habe ich einen Co-Pilot. Nee, schade. So. Ja. Ich werde dann wohl zuerst mal an sich. Ich hoffe, ohne irgendwelche Zoom-Funktionen. Deshalb habe ich jetzt nicht herausgefunden, ob da ein kleiner Zoom mit drin ist. Aber so ist okay. Moment. Dann mache ich jetzt noch die Zoom-Funktion ein. so. So. Und einmal die Zoom-Funktionen. Und einmal die Zoom-Funktionen. nachher draußen. So. Jetzt ist alles abgespeichert. gut. Gut. Also. Kamera. Definierte. Ja. So. Alles klar. Gut. Dann können wir loslegen. Langes Vorspiel. So. Jetzt gucken wir mal inwieweit das alles kompatibel ist mit meiner Einstellung vom Honeycomb. das geht. Das geht. Das geht. Was ist jetzt los? Das geht. Reversal. Geht. Feather. Da stimmt was nicht. Okay. Was haben wir hier? Condition Idle. Cut-Off. Das ist alles. Idle. Cut-Off. Maximum. Ob das hier geht. Nicht nach unten. Das geht nicht nach unten. Okay. Muss ich mal testen. Was ist das hier? Tag. Das lassen wir nicht. Okay. Versuchen wir zum Starten. Batterie. Gehen. Gehen sofort die Garmins an. Okay. Von mir aus. Was haben wir hier oben. Generatoren. Okay. Das haben wir hier oben. Das ist dabei. Das sind wir hier. Okay. Inverters. Okay. Okay. Beacon. Beacon geht nicht. Beacon. Beacon. Strobe. Strobe. Hier. 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 Geht nicht separat. Geht einmal hier. Beacon. Beacon und Strobe. Okay. 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 Pitohit. Testen. Moment. Das ist hier. Hier. Okay. Und die andere Panels. Die Richtige geht. Cockpit geht. Okay, kompatibel mit den Standardfunktionen, bis auf Biegen. Bis auf Biegen. Das können wir gleich einmachen. Okay. Wie gesagt, die Zahlen sind alles etwas unschauff, das liegt an meiner Grafikeinstellung, das habe ich schon beim letzten Video gesagt. Das ist schade, aber wir sind die wir sind die höhere Fremdzahlen wichtiger, die kann ja hier herzoomen, man sieht es auch. Okay, okay, okay. Das hier machen wir ein. Okay, alles an, alles an, alles an. Dann versuchen wir den Motorstart. Wie war das? Ich habe vorher ein Tutorial angeschaut. Gesundheit! Ich habe vorher ein Tutorial angeschaut und da war der Motorstart drauf, das weiß ich nicht, wie der es gemacht hat. Full pumps, full pumps. Okay, okay. Und jetzt ein paaretzungen. Der hat es so. Was ist das? Ich habe das schon mal. Und jetzt wieder. Und dann, das schon mal. Und dann, das schon mal. Und dann, das schon mal ist das schon mal. Okay, nur auf Start. Ich probiere es mal mit dem Heimingang. 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 Okay, da ist ein kleiner Bug drauf. Ich probiere es mal mit dem Heimingang. 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 Und 28, 110, 9. 10, 9. Okay. Was habe ich denn für Anzeige? Ja, gut, das hier. Video Warr 2 ist nicht... ...ich hat mir keinen Alter. Das ist... ...ich... 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 ...ich hat F... ...nav... ...ah, okay, okay... ...nav, nav... Das ist gut Okay Kalibrieren Reisekompass kalibrieren Alles klar, alles klar Das hier ist klar Okay Dann ATs abrufen 1,500 Zulu Wind 1,33 at 1,1 Visibility, 6 Sky condition, 2,800 feet Scattered, 5,100 feet Scattered, few clouds at 14,300 feet Temperature, 2,8 2,10 Altimeter, 3,0, decimal, 1,8 ILS Yankee runway, 1,0 In use Landing and departing runway, 1,0 VFR aircraft, say direction of flight All aircraft read back hold short instructions Advise controller on initial contact You have Oscar Okay Salvador ground Martin Romeo Juliet 6,6 request taxi For departing straight out with Pampa Martin Romeo Juliet, 6,6 taxi To and hold short of runway 1,0 Via taxiway Charlie Contact tower on 118,3 when ready Contact tower on 118,3 when ready Taxiing, hold short runway 1,0 Using taxiway Charlie Martin Romeo Juliet, 6,6 Also spinny forward Hier steht drin Mit Pampa Bei ATSIS steht aber Okay 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 Dann hat's im Moment umgeschaltet Dann hat's im Moment umgeschaltet Okay Jetzt setzen wir uns mal hin Also ich bin nicht so ganz vertraut Mit dem Flugzeug, wie gesagt, im Moment erst gerade gekauft Und die Turboprops bin ja auch nicht so ganz So ganz geübt drin Warten wir mal sehr Ich fliege einfach nach Gefühl Einfach nach Gefühl Moment, hier muss man Ich sehe keine Händelverkehr Ich sehe keine Händelverkehr Da ist niemand Ich sehe keine Händelverkehr Ich sehe keine Händelverkehr Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hm. Alright, so... Das ist schätzlos. Sehr windig draußen. Was war denn das für ein Start, um Gottes Wille? Okay. Okay. Ralf Gnodig, doch okay. Okay. Stop okay. 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 Wenn man den Autopilot einschaltet, dann zieht er weder nach oben oder nach unten. Wie beim vorgehenden Flugzeug, was war das? Die T-37 von Cessna. Das funktioniert schon mal. Althold funktioniert. Das funktioniert. Alles so weit funktioniert schon mal. Autopilot ist okay. Funktioniert wie erwartet. Er müsste sich jetzt auf 2000 Fuß einpendeln mit der Höhe. Ich versuche jetzt einen ILS Anflug auf die Piste 10. Vorausgesetzt, die ist aktiv. So. Salvador Tower Martin Romeo Juliet 66 is 19 miles east, 2000 feet with Papa to land. Martin Romeo Juliet 66 Salvador Tower. Altimeter tree 0.16 Wind 143 at 11. Enter left traffic runway 10. Enter left traffic runway 10, Martin Romeo Juliet 66. Ok. Der Gegend. Äh, der schieft. Also wenn ich immer hier her schaue, dann gucke ich auf die Tasten vom Autopilot vom Hanecum Bravo. Wenn ich hier her schaue, dann gucke ich auf ein Hanecum Alpha, also Gegenanflug, geht nix. Ja, Gegenanflug. Guck. 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 klappt die steuerung von dem flieger wie erwartet einziges problem ist wieder der höhe höhereinstellung autopilot die ganze knöpfe hier habe ich mit panikom bedient auch sehr gut hat klappt super 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 das hier ok was ist denn das ich glaube es war kein fehlkauf glaube ich nicht muss man um das tablet bemühen was da alles drauf ist was ist das was ist das meter carbone sonst was ich mir wünscht war es das ein bisschen mager aber ok 2.000 fuß über grund das müsste reichen für einen flug dahinter ist ja 747 800er ok 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 cool ich kann es nicht mehr ok 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 ja verbindungsabbruch natürlich ja so eine lentebein das ist die wo eine lentebein um auf auf etwas Schnappschüsse machen. Das ist der Ton, der knarzt ein bisschen. Das ist der Ton, der knarzt ein bisschen. Das müssen wir eigentlich gleich von der ATC Lente erlauben bekommen. Sonst fliege ich einfach rüber. Hallo ATC, wie viel Lente erlaubt ist? Ich fliege trotzdem mal in den Quereinflug. Also normalerweise, wenn man VF8 fliegt, bekommt man Landeerlaubnis, wenn man die Landebahnschwelle beim Gegenanflug passiert hat. Warum das nicht so war, keine Ahnung. Ich versuche dann GPS mit Autopilot anzufliegen. Gehe ich schon mal runter mit der Geschwindigkeit. Flaps 1 und Flaps 2. Flaps 2. Flaps 2. Flaps 2. Flaps 2. Flaps 3. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Geert down Vorletzte Flexstufe Glendelichter Martin Romeo Juliet, 66 Wind 143 at 11 Clear to land runway 10 Martin Romeo Juliet, 66 Wind 143 at 11 Martin Romeo Juliet, 67 Wind 143 at 11 Also GPS hält eigentlich gut Full flaps All right? Drehzahl nach oben. Habe ich es auf das Heldenwind oder? Oder lässt er mich neben der Landebahn landen? Ja, jetzt ziehen wir von alleine wieder rüber. Okay, Autopilot aus. Autopilot aus. Gears up. Ja, das Flugzeug ist tiefer als gedacht. Gears up. Martin Romeo Juliet 66, contact ground on 121.9. Going to 121.9, Martin Romeo Juliet 66. Salvador ground, Martin Romeo Juliet 66 taxi, to the gate. Martin Romeo Juliet 66 taxi, to gate 23 using taxiway Alpha Charlie. Martin Romeo Juliet 66. Ich bin ja gespannt zum gate. Ja, ein nettes Flugzeug. Kein Fehlkauf um den Preis. Absolut kein Fehlkauf. Ja, der Sound ist komisch. Das gefällt mir nicht, dass der so dumpf ist, wenn man hinter dem Flugzeug ist. Was sind die? Ich bin ja sehr gut. Das ist nicht die. Ich bin ja sehr gut. Ich bin ja sehr gut. Ich bin ja sehr gut. Und dann kann ich das in den Flugzeug. Das ist nicht die Karten. Ich bin ja sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Batterie aus. Okay, okay. Ich hätte eigentlich Reversor bremsen können. Okay. Wieso leuchtet das da? Also. Testflug beendet. So toll ist der Flugplatz nicht gemacht. Das sieht eigenartig aus dahinter. Das da. Was ist denn da schief gelaufen? Okay, okay. Okay. Also. Ich mach mich dann vom Acker. Und tschüss.